Wie du verlorene oder gelöschte Daten wiederherstellst, das schauen wir uns in diesem Video an. Diese Methode funktioniert auch bei fehlerhaften und formatierten Festplatten. Ich werde dazu die Wiederherstellungssoftware Recuva verwenden. Es gibt natürlich auch noch andere Wiederherstellungsprogramme, zum Beispiel Testdisk Photorec. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das findest du jetzt oben rechts. Okay, dann starten wir mal. Wenn die Daten auf einer SD-Karte, USB-Stick oder USB-Festplatte waren, dann verbinde diese erstmal mit deinem Computer. Lade dir dann das Programm Recuva herunter. Den Link dazu findest du in meiner Videobeschreibung. Wenn das Programm heruntergeladen ist, kannst du die Installation starten. Klicke dazu einfach auf Install. Es braucht dann nur wenige Sekunden. Mit einem Klick auf Run Recuva kannst du das Programm gleich starten. Es wurde aber auch eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt, über die du das Programm starten kannst. Das Recuva Wizard kannst du direkt schließen. Ich empfehle als erstes, das Programm einzustellen. Klicke dazu auf Optionen. Hier gibt es auch diverse Spracheinstellungen, zum Beispiel Deutsch. Bei Aktionen findest du die Einstellungen, welche die Suche betreffen. Hier kannst du alles ankreuzen. Wenn du möchtest, kann auch nach der Ordnerstruktur gesucht werden, um diese wiederherzustellen. Die Einstellmöglichkeiten auf den anderen Reitern sind erstmal weniger wichtig. Jetzt kannst du schon mit der Suche nach verlorenen Dateien beginnen. Dazu wählst du einfach das Laufwerk, auf dem sich die Dateien befanden. Wenn die Dateien aus dem Papierkorb gelöscht wurden oder wenn du den Speicherort nicht mehr kennst, dann kannst du auch alle Laufwerke durchsuchen. In meinem Beispiel ist es eine fehlerhafte SD-Karte in meinem Kartenleser. Diese wird hier zwar als USB-Laufwerk F erkannt, aber ich kann nicht darauf zugreifen. Deshalb werde ich jetzt mal eine Dateisuche auf Laufwerk F starten. Abhängig von der Größe und der Lesegeschwindigkeit des Speichers ist die Dauer auf jeden Computer unterschiedlich. Damit es schneller geht, habe ich für dieses Beispiel eine SD-Karte mit nur 2 GB verwendet, was bei mir etwa 2 Minuten dauert. Noch ein Hinweis. Falls du bei SD-Karten, USB-Sticks oder USB-Laufwerken eine Fehlermeldung bekommst, dann kannst du das in den meisten Fällen beheben. In dem nächsten Video werde ich dir zeigen, wie das geht. Schau dazu in die Infokarten oben rechts, denn häufig sind die Speicher nicht defekt, sondern es ist nur ein Schreibfehler aufgetreten. Das kann passieren, wenn ein Speicher beim Kopieren oder Verschieben von Dateien entfernt wird. Sobald der Suchlauf fertig ist, bekommst du eine Auflistung der Dateien. Wenn für eine ausgewählte Datei eine Vorschau verfügbar ist, dann kannst du diese rechts sehen. Als nächstes kannst du auswählen, welche Dateien du wiederherstellen möchtest. Du kannst alle wählen oder du suchst dir einzelne Dateien aus der Liste. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, dann klicke unten rechts auf Wiederherstellen. Jetzt brauchst du nur noch einen Speicherort für die Dateien aussuchen. Zum Beispiel auf deinem Desktop in einem neuen Ordner. Drücke dann auf OK. Hier kommt noch die Meldung, die ausgewählte Datei wurde wiederhergestellt. Diese findest du jetzt in dem gewählten Speicherort. Wie du sehen kannst, ist diese jetzt in dem Ordner, den ich gerade erstellt habe. So einfach geht's. Wenn dir das geholfen hat, drücke auf Like oder Abonnieren. Sieh dir auch gerne diese Videos an. Ich sag dann schau. Mehr von mir findest du auf diesem Kanal.